Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prop Hunt zusammen mit Longcore. Hallo. Der Atta ist auch mit dabei. Hi hi hi. Genauso wie der Bleddick. Ich hab mich schon wieder festgepackt. Stevie ist auch da. Hi. Genauso wie der Heiler. Kuckuck. Und ich glaube ich hab alle, oder? Sacha, du kannst mich mal am Arsch nehmen. Machst du was am Arsch nehmen? Den brauchen wir ja auch nicht. Hi Sonic. Fick dich. Nein, ganz ehrlich, ich hab nicht auf die Liste geguckt, ich hab einfach nur Namen aus dem Gedächtnis. Ich hab jemanden gehört. Aber das Bleddick ist immer wieder schafft sich fest zu backen hierbei. Sacha, ich bin noch nicht mal an der Stelle, wo ich mich fest backen dürfe. Aber, abwachen wir mal. Leute, ihr müsst das ja mal so sehen. Der Bleddick ist anhänglich. Ist er denn ein Anhänger? Ich hab Skill. Ich schaffe Sachen, die sonst keiner schafft. So, scheinbar sind wir heute auf einer recht großen Map unterwegs. Von daher, würde ich mal sagen, Props sollen am besten nicht campen. Aber wie definierst du denn groß? Wie viel Zentimeter? Ich kann nicht anders als campen. Mensch, man liegt das bei mir eigentlich immer so ein bisschen. Was? Flasche? Wie geht es dir, Flasche? Flasche, du hast deinen Hals verloren. Du hast deinen Hals verloren. Flasche, du hast deinen Hals verloren. Okay. Bring ihn wieder her. Bring ihn wieder her. Bring ihn wieder her. F3. Nur dummerweise kommt man auf dieser Map da auch ins Menü und spielt keinen Redding. Ja, das ist ja den neuen Update von dem scheiß Game Modus. Der hat alles zerschossen. Ey, warum habe ich immer so einen Grafikhüpfer hier? Ja. Oh. Ja, den Torn wollte ich schmieren. Ich mach mit. Wo bist du? Kann ich dich frei bei mir irgendwo? Bin ich bei dir? Wer ist denn da dieses komische Etwas da? Ich kann... Ich kann's nicht sagen, was... Mich verarschen? Vielleicht ein bisschen. Bleddig, bin ich bei dir irgendwo? Ich weiß nicht, was du bist oder wo du bist. Ich kann grad irgendwo in den Raum rein. Bist du grün? Ja. Ja, dann bist du... Was? Also ich bin rechts von dir. Wie du bist hier. Ich weiß es. Das ist Kameraposition anhängig. Ich seh zwar keinen in meiner Nähe. Hast du nicht so ein komisches Etwas gesehen? Ich hoffe, du meinst mich. Ja, das, was ich da am Boden drehe. Dass du sowieso ein komisches Etwas bist, ist nichts Neues. Ja, richtig. Deshalb hab ich da gefragt. Na Achse, verdammt. Was? Ich bin so eine Achse, verdammt. In der Ecke. Und was egal. Achse? Achsel Steineser. Gibt's denn heute Haxen zum Mittag? Ja, ich seh den nicht. Tut mir leid. Hier. Was da unten? Auf die ich grad nicht nach vorne bin. Ja, wie krieg ich dich denn da jetzt raus? Hüff. Leg mir was hier hin. Boah. Hüff, das ist eigentlich so ein Räumchen rum als irgendwas. Hat jemand meinen Müller-Macken gesehen? Lass den arm Stuhl in Ruhe. Ja, ich muss vielleicht befreien. Ja. Sei froh, dass der Stuhl nicht laufen kann. Dann wäre es nämlich ein Stuhlgang. Geil, ich kann es aufheben. Stuhlgang muss aber ein Stuhlgang. Hüff. 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 Hallo Schildköte. Wir wollen hier was ausprobieren und du machst alles kaputt. Hüff. Hüff. Und noch besser ertritt jetzt halt selbst. Deshalb wird das Projekt auch so instant abgesetzt so. Ach ja, das war verdient. Das war die rechte Strafe. Loll. Weiß nicht, die Map ist riesig wie sonst. Was hängen wir alle auf dem selben Spot. Ich hab auch noch nix gefunden. Ja genau. Boah, Jungs, was geht. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal durch die Map durchgehen. Die Map ist halt echt riesig. Warte jetzt. Kann man das von oben sehen? Oh, 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 oh. Aber geil, dass wir alle in einer Ecke waren. Oder die meisten. Ja gut, der Spawn war halt da, ne? Gar nicht groß von weg bewegt. Ja, ich auch nicht. Du bist so ein bisschen auf dem Holz, obwohl? Eigentlich nicht. Du bist das verbrannte Opfer, ne? Deine Mutter! Ja, was? Eigentlich habe ich mich als Spiegel vertreten. Es wird jedem sein eigener Charakter angezeigt. Ich hab was getroffen! Deiner ist so ein vertrocknetes Edward. Bin ich ernsthaft? Oh ne! Oh ne! Oh nein, du musst doch ganze 40 Sekunden überleben und hockst die ganze Zeit auf Einfleck rum. Oh ne! Bei einer übertrieben riesigen Map. Ich hab noch nicht einen gefunden. Ja, das ist klimmer, dass du dich jetzt bewegst, du Vogel. Kommst du wieder her oder was? Oh mein Gott. Dewey hört halt nicht zu, wenn man sagt, man sollte halt nicht campen. Typisch Dewey. Das ist der letzte Überlebende. Das ist mir wert. Nein! Das ist alles am Arsch! Du scheiße, das ist scheiße! Wenn man Steve verliert, dann automatisch. Warte mal, ich muss das Spiel lauter machen. Ich muss das Spiel lauter machen. Ach ja, da war was. Wüsste ich eigentlich auch noch, aber egal. Ich muss das mal leiser machen. Banane sind toll. Banane? Wenn Ruffy da läuft nicht, dann hör ich auch nicht mehr. Banane. Äh? Banane. Du warst zu langsam, Stevie. Banane. Banane in dein Ohr. Banane. Banane. Say what! Sing dabei! Alle meine Ingenie im Chor. Banane. 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 Alles klar. Keiner hat noch gekauft. Erstmal einen mitgeben. Banane. Du bist an einer anderen Stelle in der Map gespawnt. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ich bin an der gleichen Stelle. Ich bin an der gleichen Stelle. Steine. Steine. Ich lese es später. Ich habe diese Woche unheimliche Sprachfehler. Das Lustige ist, ich war gerade kurz festgebackt. Als Hunter. Das ist schon pro. Also du kriegst es schon sogar als Hunter hin? Ernsthaft? Ich bin in einem ganz tollen Haus. Ja, ne. Ich bewege mich jetzt mittlerweile. Ganz tolles Haus könnte Sascha sein. Interessant, dass ich gerade einfach mal in Steam angetickert wurde und ich es ja später lesen werde. Oh oh. Wenn du eingestellt wurde, bist du dann im Ticker-Tocker-Land. Bledicke ist wahrscheinlich fast zu ist, weil hier laufen gerade drei Leute auf dem Fleck rum. Bledicke. Du hättest nur den Gang weiter, wo eben waren. Wir müssen, wenn du da so waren. Ich weiß wenigstens noch mal, wer mich da angeschrieben hat, weil ich sehe es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Warum ist die so laut bei mir? Ich habe eigentlich immer ein und dieselbe Lautstärke. Ich weiß nicht, was du hast. Das Problem, dass du laut bist, habe ich gerade gesagt. Ja, aber ich habe eine Lautstärke bei mir nichts verhindert. Was gehört? Ich finde nie einer. Hi. Ja, weil die MAM einfach zu tot ist, Kollege. Ich sehe ja welche. Ja, such mal. Ich dachte, es wäre ein Spieler gewesen. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen festgepackt. Ganz viel leicht. Ich könnte mich mal nicht töten. Was? Ich könnte das einrichten, aber... Ja, du, Sascha, du bist doch der Einzige, der fair spielt. Ja, spielen wir das. So muss ich Sascha eigentlich noch abfacken. Schade, dass man als Prop nicht killen kann. Wäre lustig, wenn man Leute Prop killen könnte. Putz, Junge, mich nicht! Ich will auch raus, Sascha. Was soll denn was? Dann geh doch raus. Sascha! Sascha! Ja? Glaub an dein Herz! Glaub an dein Herz! Dann findest du mich! Ich hänge hier fest. Es ist ein Knaller. Dein Herz geht in die falsche Richtung! Ja, ich muss Atta kurz helfen. Oh oh! Atta kann nichts. Ich habe dich doch gehört! Was? Warum Herz? Was? Ist das eine Anspielung, Sonic? Vielleicht ist das eine Anspielung, ja. Du bist doch hier irgendwo. Dein Herz rennt schon wieder in die falsche Richtung. Ist da jemand gestorben? Was weiß ich denn? Nein, immer noch! Falsch! Auch die falsche... Was hast du getan? Nein, falsch! Nein, nein! Falsch! Ja, ja, hi! Du? Nein. Nee. Hier ist doch noch einer. Okay, komm mit. We're going on an adventure. Warst du das mit dem Please Gamma Gentry? Oh, hallo! Nein, war ich nicht! Nein! Ich bin das nicht! Ich stack in dir fest! Äh, eigentlich Sonic! Ich stack in dir fest! Aber scheinbar nicht! Geh! Dann warst du das! Komm, wir gehen da rein! Nein, ich kann nicht! Lass mal, lass mal, lass mal! Lass ihn nehmen, Planet! Ach, das ist Scroll! Nee, das ist immer noch Sonic! Was haben denn heute alle mit Sonic und Scroll? Ich bin ein Apfel! Ist mir doch egal! Ein Apfelmittel! Ihr habt angefangen! Ich mach das nur weiter! Ich bin ein Apfel! Alter! Ich bin eine Baumfrucht! Oh! Ich wollte die Waffe wechseln! Sorry! Alter! Ich hab zu lange gebraucht, um die nächste Waffe auszuwechseln! Ich bin ein Apfel! Meinst du, die finden mich hier? Die nächste Waffe auszuwechseln? Let's try it! Ja, ist doch gut! Wo bin ich die Hitspieler gegangen? Ich hab dort gehört! Toll, man will was anderes ausführen und packen fest! Nein! Nicht weit genug! Hilfe! Oh! Schöner Schuss! Heiler! Ich hab mich gar nicht gesehen irgendwie! Ich hab mich gar nicht gesehen irgendwie! Ich war nicht gerecht! So Heiler, wo bist du? Wahrscheinlich der Mango! Ab ihn! Heiler ist tot! Ich hab das andere auch angeroben! Ja, sorry! Dann haben wir jetzt leider ein Problem mit Jungen! Okay, warte! Warte! Ja, aber da kommen noch andere Leute! Okay! Ja, okay! Aber warte mal! Wir haben nur noch 30 Sekunden! Ich kann dir leider nicht mehr viel Zeit geben! Leider müssen wir jetzt... Wir haben ein Problem! Dann komm doch! Dann komm doch! Dann komm doch! Ich geh rechts, du links! Das hast du toll gemacht, Sascha! Dankeschön! Ja, immer wieder gern! Da war... Wo seid ihr denn? Willst du mich? Du... Nice! Nice! Willst du mich verarschen? Ich hab mich einfach als Vase gelassen! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen oder was? Willst du mich verarschen? Jetzt renne ich einfach mal eine komplett andere Ecke der Map! Willst du mich? Willst du mich? Nein! Willst du mich flachlegen? Das Ding ist, dass ich in den 15 Sekunden fast nicht aus der Sicht, weil ich auf das Wort komme! Willst du mich flachlegen? Ich verzichte! Quall würde jetzt sagen, ja gerne! Zack, ich gehe jetzt auch mal woanders hin! Ob das aufhängt? Hier! Hey! Werder bei ... das grüne Ding ist! Oh, dann schleg ich ihr fertig! Oh, da sch depicts dir das auf? Wow, Stevie sieht's nicht! Hört ihr das Rad? Ja, hör ich! Oh, warte mal! Oh! Nein, warte, 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 chill mal, chill mal, chill. Warte, ich mach doch nix. Ich hab nicht damit gerechnet, was du da hast. Ich dachte, du wirst beim anderen zu holen. Du folgst mir jetzt. Ja, warte, ich will ein anderes. Und dann machst du dasselbe wie ich. Immer, wenn jemand wegguckt, bewegst du dich. Warum kann ich da nicht raufswitchen? Hallo? Fällt doch nicht auf, wenn du da so auf dem Bild. Was? Ich kann nicht drauf wechseln. Was denn? Ah, jetzt. Du hast dein Element gefunden, was? Das ist das. Pokémon. Banana. 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 Ich würde mich hier gerne bewegen, aber ich kann nicht. Warte, Sascha. Sneaky Beaky like. Sneaky Beaky like. Lass mich vorgehen. Alles klar. Ich deck den Rücken. Oh, Feind! Oh, feind! Junge. Kann ich dir nicht ne Waffe geben? Nicht. Nein, lass das. Ich bin lustig. Das ist das. Ich will hier wegkommen. Alter, ist das asozial. Ich versteck mich da auch. Ich konnte mich auch mal bewegen. Ist das asozial. Sascha, die finden uns nie. Die finden uns nie. Die finden uns nie. Ich schaue gleich mit dem Kopf in die Decke. Oh, da hinten ist jemand. Warte mal. Sascha, komm mal wieder hoch. Ah, okay. Finden uns nie. War einer von euch gerade an. Der ist umgedreht. Warum auch immer. Ja, ich kann nicht. Wir finden uns nie, Sascha. Warum nicht? Das kann ich. Als Taktator, weil wir hier oben sitzen. Okay, komm, wir gehen weiter auf Mission. Alles klar. Wir müssen ins Haus. Das ist unser Ziel. Unser Zielerblick ist das Haus. Oh, Feinde. Feinde, Feinde, Feinde. Entdeckung. An die Wand. Sag, wo bist du? Wo bist du? Die Ninja Roll hat nicht so ganz geklappt. Du hast bis fünf Meter hochgeflogen. Fingen vorsichtig. Die dürfen uns nicht entdecken. Ich bin stuck. Was schönes mal hier. Okay. Langsam. Duck dich, Banane. Hab ich. Was? Was macht sie denn da bitte? Er darfst. Langsam. Langsam. Ja, langsam. Ich kann ihn nicht mehr. Bist du denn? Nein. 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 Das, was jeder braucht zum Zocken. Eine Tastatur. Nein, ich hab dich nicht. Verdammt. Geh. Kann weitergehen. Hm. Banane. Ja. Wo bist du? Weg. Okay. Ich kann ihn in das Innere eines Containers gucken. Banane. Ach, scheiße. Da hat er mich gesehen. Diese Silberschule. Ausnahmsweise, ja. Wer sich entdecken lässt. Ich bin jetzt wieder eine Frucht. Wenn ich eine Frucht will, wäre ich eine Mango. Das ist Mongo am ähnlichsten. Echt? Was packst du dich da hoch? Ach, da bist du. Du siehst mich nicht. Niemand wird mich hier finden. Also kurz. Wieso versteckt sich ein Hunter? Weiß ich auch nicht. Wow, wie lange du brauchst. Möchtest du einen Propp rumtauschen? Propp, du bist jetzt Hunter. Alter, Stevie, ist das eigentlich dein scheiß Ernst? Warum? Die Map ist x Quadratkilometer groß und du stehst seit Rundenbeginn auf dem Selbstspot. Stellen wir eine gleiche. Halbwegs. Ich hab bis dazu auch einmal den Propp gewechselt. Du bist ein heftiger Typ. Du weißt, dass ich vorhin was Grünes war. Er hat sich nach rechts gedreht, hat geklickt und hat sich nach rechts gedreht. Ja, ist halt echt so. Oh ja. Ich weiß nicht, was du da dippen willst, aber du bist falsch. Nein, bei mir dipp ich das Richtige. Atta is living a dangerous life. Bei mir schon. Bei mir bin ich woanders. Du dippst gerade nur die Luft. Aber die Luft mag nicht. Hä? Die Luft mag nicht. Nein! Zu dangerous. Zu dangerous. Abort Mission. Abort Mission. Oh, hallo. Wann hab ich ein Ape? Man sollte nicht hüpfen. Jetzt hängt es wieder vom Camper ab. In den 20 Sekunden kommen sie überhaupt nicht zu ihm hin. Ja. Sonic, er ist da, wo du mich das erste Mal gesehen hast. Stevie, jetzt hast du ein Problem, ne? Renn. Du hast nur noch 10 Sekunden. Bleib stets, Stevie. Er guckt so schnell gar nicht hin. Doch. Flyhack. Flyhack. Aber kein Sprint. Und er rennt wirklich an und auf Teleport zu den Leuten. Da holst du die Leute ran. Warte. Hab gleich. Fun. Bist immer noch nicht da. Slay. Slay? Slay? Bibi is drunk. Genau. Scheiße. Scheiße Atmele. Ich bin kein Admin, ich bin nur ein Benzinkanister. Ich sollte wegrennen. Ich sollte wegrennen. Ich sollte wegrennen. Ich sollte wegrennen. Sondern das. Ne, ne? Ich häng hier fest. Wie kann man denn erstmal... Einmal sneaken. Du häng... Häng geblieben, bis er dich aussehen kann. Ah. Oh, da kommt man auch noch hin. Ich häng da auch nämlich fest. Oh oh. Oh oh. Ich bin ausstar. Sonic was machen wir diese Runde für Bullshit? Sascha du musst mich retten. Ja wo wir... Wir gehen auf geheime Mission. Sascha, Kennwort Banane. Okay. Na super Kennwort! Ah er hat sich also als Penis gezogen. Was war das? Startpunkt oder... Wer ist denn hier explodiert? Bananenschirm. Okay. Bananenschirm. Bananenschirm. On my way. Du musst mich retten, ich hab ein Problem. Da wir jetzt beide Sturköpfe sind, hängen wir hier gezwungenermaßen fest. Lass mich mal bitte leben. Darf ich nochmal wegrennen? Ist das hier unten auf dem Fußboden? Nein, nein. Das ist ein anderer. Ich bin... Nein, nein. Das ist die Lucky schon. Okay, das geht länger als ich dachte. Jetzt ist ja noch ein dritter Leute. Komm, was macht ihr jetzt Geiles mit mir? Warte, wie viele Leute seid ihr? Ich hab fünf Bananen. Jeder hat einen Arsch auch. Es gibt Gruppenfun. Ich bin eins für mich. Was bist du denn hier von Sonic? Weiß ich nicht. Das ist da unten. Nein, nein. Das ist jemand anderes. Ich kann es nicht aufnehmen. Nein, nein. So, er ist frei. Danke sehr. Escape. Room. Jetzt lass ihn eh match. Noch ein Ding jetzt tolles behindertes. Du schießt halt einfach auf ihn. Wer hat der Schaden gekriegt? Nein. Doch, habe ich. Ich hab nur noch 1 HP. Du hast grundsätzlich. So, ich such erstmal andere. Heilo. Wo bist du? Geh weg. Vivi, verzieh dich. Vivi, mach einen Abgang. Vivi kriegt einen Abgang, wenn er mit uns spielt. So, neue Ecken. Hast du mir jetzt echt verloren, Vivi. Irgendwas hätte ich geschlafen. Ich hab dir geschaut, aber sonst passt's. Wer ist mir denn gerade hinterhergegangen? Alles klar, Atta. Atta kann die Macht nicht ab. Atta ist da. Ja, ich such grad andere Leute. Wir haben den Himmel auf Erden. Was hat er gemacht? Boom hat er gemacht. Boom hat er gemacht. Sascha. Alter, boom gemacht. Bin am Spectator Spot. Ja, weiß ich nicht wo der ist. Jetzt muss ich erstmal suchen. Weißt du mal wo der ist? Ja, ja. Der ist der Himmel auf Erden. Ich hab den Sound gehört. Boah, krass. Ich war schon ewig kann nicht essen mehr. Essen ist schlecht in der Aufnahme. Oh, ich hab nen Torn gehört. Das hat die Arme nur stehen. Ich hab mir wohl auch in der Verstattung in Ruhe. Wieso? Der Junge! Der Junge! Ich stand seit Anfang an euch einfach in euch. Stimmt. Langklautlauung. Stimmt. Was geht ab? Was machen wir jetzt cooles? Ja, keine Ahnung. Dich töten? Nein. Ja, hau rum. Grobain, Grobain. Später. Grobain, 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 Grobain. Machen wir wieder Secret Mission, Alter. Ist man hier eigentlich auch mit Rechtskippe geschieben? Nein, geht nicht. Warte, ich bin wieder eine Frucht. Diesmal bin ich wirklich eine. Du bist ein Früchtchen. Warte, ich bin ein Früchtchen. Warte, ich bin ein Früchtchen. Warte, ich bin ein Früchtchen. Du bist eine Vitaminbombe. Das war ein Gedanke. Ich bin ein Gedanke. Ja, da kommt jemand. Das ist ja schon kein richtiger Camperversteck hier. Schießen wir ab doch jetzt. Nein, nein, warte noch. Ich muss noch auf den Baum springen. Blöde, der hat sich einfach umgebracht. Ja, Sonic, jetzt wird es doch langweilig. Da war ein Paket unter dem Sprank. Der war ein Paket unter dem Sprank. Der verletzt schon. Wie? Nein, nein. Heiler lebt noch. Achso. Na gut. Oh, da steht mein Kollege. Du musst da stehen. Wie, da lief dein Kollege. Ich habe meinen Kollegen gesehen. Du solltest dich mal rasieren, du hast einen ziemlichen Busch gewachsen. Jetzt weiß ich schon mal, dass du auch mit ihm duscht. Warte mal, ich bin... Wo ist Stevie eigentlich? Dort. Sonic, du solltest mal ein bisschen abhängen. Ich lebe noch, ich bin am rumlaufen. Abhängen? Ja, vom Raum oder so. Oh! Hast du mich nicht gesehen? Nein! Hast du mich nicht gesehen? Nein! Klein ab! Klein ab! Das ist nur noch übrigens! Nur noch Sonic! Du kannst mich nicht finden! Ich werde sterben bei mir selbst! Ich werde sterben bei mir selbst! Ich komme wieder! Oh, ist das geil, ey! Oh, ja Wahnsinn! Ich liebe diese schwarze Bitch hier! In der letzten Runde würde ich sagen, ne? Erinnert mich mal an diese Dark Roots! Ihr bereitet mir Props! Oh! Warte! Props an dich würde ich sagen, was? Boah, was soll ich los? Oh, nein! Wow, ich bin das geworden, was ich werden wollte! Oh nein! Stevie! Sascha, kennt man Banane? Nee! Oh! Doch, vielleicht! Regenschirm? Warte! Vielleicht Banane! Ich muss erst mal überleben! Regenschirm Banane? So! Meinetwegen! Andererseits bin ich schon bei dir in der Nähe, du! Ich habe schon mal durch jetzt die beschissenen Sicht, aber ist okay! Leider schon noch eine andere Barge! Hier hinten! Boah! Hier! Heleu! Bist du das war, Stevie? Weil weißt du, dass ich das bin? Ja, weil ich gesehen habe, als was du festgestackt warst! Ja, aber ich habe doch jetzt schon längst noch alles! Bananen vor allem! Ja, aber ich weiß dann halt, dass du bei mir im Raum bist! Die Banane ist in der Scheibe! Die Banane hackt! Was? Äh... Report! Report! What? Ich werde aus... Fuck! Das ist lustig! Beschwerde einreichen! Er hätte gerade auch... ...aus dem Drucker! Oh! Ein Prop! Hat sie als Mensch verglichen! Länger geht der vorn, nicht wahr? Ist da jemand obendrauf oder was? Kann man da obendrauf jumpen? Ach gut, ich hoffe ich... Ja, deine will überhaupt noch jemand hier mit bei ist! Weser? Ja? Bist du immer noch das? Ja... Ich such grad nen Taunt! Ups! Aber ich finde ihn nicht mehr! Ist unser John Cena Taunt raus? Du meinst... Du musst oben auf Custom Taunt... Ne Moment... Ah... Deine Frage damit geklärt? Ne... Ja... Wir sind jetzt wieder weg auf einmal... Wo sind die alle hin? Was ist das? Ich verstehe das nicht... Ey! Jajajaja... Schieß doch nicht gleich auf mich! Schieß doch nicht gleich auf mich, Junge! Okay, wenn wir... Komm ich hin... Soll ich dich anschießen? Vielleicht hilft das... Nein... Do you know... Hallo schön... Do you know... Ich hör dich doch die ganze Zeit! Wo bist du denn? So, das merkt keiner! Ne, sieht man nicht! Oh... Jetzt bin ich verschwunden! Jetzt hab ich der Drucker geschluckt! Wo ist er? Ich hab ihn verloren! Soll ich nie wollen! Da sag ich nur... Einfach weitergehen dir ist nix passiert! Juhu! Ich lass erstmal die anderen suchen! Komm, wir machen die easy weg! Wir müssen nur drei andere finden! Sascha kann erstmal noch... Zzzzzzz... Mach mal'n taunt! Mach die ganze Zeit nur welche... Ne ich bin irgendwo laufen die ganze Zeit! Ich mach jetzt mal in Eis! Sch Dass der jetzt eine Anspielung bleddig... Nee, weil ich hier irgendwie... Ich habe einen Bug gefunden. War schon, ich dachte, du Kotzpapier. Puh! Das Fahrrad bin ich übrigens auch nicht. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Die Verzweiflung. Eigentlich hattest du mich schon im Blick. Aber was, ich bin, das ist eine andere Sache. Das sage ich dir nicht, weil du hattest so vieles im Blick, das weiß ich. Ja, da ist auch so vieles. Okay, keine Sau ist bei mir in der Nähe. In der Mikrowelle bist du auch nicht. Kannst du aber schön hüpfen, sage ich dir. Nein! Oh, da ist doch jemand. Wer ist da? Sonic, ich glaube, du bist bei mir. Springbrunn. Ja, richtige Richtung. Springbrunn? Gut, das ist nicht bei mir. Hallo. Ach, genug Spaß gehabt. I'm jumping. In den Hof. Nein. Jetzt habe ich es gesehen. Was steckt drin, nimm das Neues. Ich chill hier mal nur so. Sascha, eigentlich, haben wir ja noch eine Rechnung offen, oder? Nein, nein. Das ist so. Hast du ernsthaft so viel Glück? Könnte man. Noob? Noob? Komm, du Noob-Tuber. Scheiße, ey. Fuck off. Jo, der Rage ist real. Warum komme ich als Proprietle? Nein, scheiß leichter nicht, oh. Weil du ein Faggot bist, ein Faggot bist, ein Mario Kart, dann gibt's Schläge. Weil du ein Faggot bist, ein Faggot bist, ein Faggot bist du. Wann mach dir denn mal Mario Kart? ACHT! Gott, wie geil ist das denn bitte sehr. Hast du schon einen Spiegel gefunden und ein Bild von mir gesehen? Nein. Familien, ne? Da ist das normal. Oh, er ist bei mir. Ja. Noob. Das Ding ist, er weiß, er weiß, ich ist Prop. Ich bin, hallo Heiler. Ja. Scheiße. Aber. Die Rechnung hatten wir noch offen. Die Rechnung hatten wir noch offen, Sascha. Redefon und Wasser. Mindestens. Ach, du warst die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Lord. Gott, liebe Leute. Au, siehst du, ist sogar wirklich vorbei. Liebe Leute, das war eine neue neue Prop-Hunt. Wir danken vielmals fürs Zusehen und wollen uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid. Haut rein bis die Tage. Ciao. 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 Ciao.